herzlichen willkommen zu einer weiteren folge auf dem marsch heute sammeln wir die lagebahnen ein die sind für die bgh bestemmt die kühe haben jetzt genug silage bald und heu haben die auch genug wir werden uns zusehen dass wir jetzt das zur bgh bekommen und dann werden wir die traktor stück pro stück rein werden und dann schauen wir weiter bisher ist die eine flure silage also also gras die gerade aktualisiert noch da das heißt wenn eine bgh gehört und das silo dann kann es von ausgehen dass du das ja das nicht verschuldet nun bin ich schneller wie der traktor mit dem pressen äußerst blöd auch mal kontrolle was der dörderscheuer macht leise frei und kraut können wir mal schon zurück fahren ich hole die bock bald ist auch bald fertig gut was trinken dann fahren wir gleich zum Hof später müssen wir noch Feld 1 ist gedüngt Feld 2 muss noch gedüngt werden und Feld 13 muss aber erst wachsen das heißt einen Traktor können wir nicht düngen ich meine könnten wir schon ist ja noch die Stufe 1 aber bevor wir das vergessen irgendwann mal ist doch mehr gewachsen solange der Helfer fährt sind die Tage schauen wir nicht unterfahren muss das blöd wir haben noch keine Ahnung bei so also noch mal zurück ja der Hänger lenkt sich schwierig zurück die Deichsel ist irgendwie so in sich so weich dann bin ich schon froh wenn er so überhaupt steht also das passt und so dann bin ich mir raus ohje das ist ne ganz ganz blöde Geschichte der ist ja so in sich weich knickt so komisch knickt so komisch am besten da ist doch auch nix na ich muss dann eine Garage aufstellen eine Durchfahrgarage Durchfahrhalle wo wir noch ein Tanktuss kriegen oh ah shit Hörsack hat sich noch nicht aufgeräumt So, der Pant ist voll. Der hoch. Jetzt brauche ich noch eine Weile. Der hoch. Oh, der ist fast fertig. Dann kann der Leiderfeld auf der Wiese düngen. 25. Die Stress. Am Ende hätte er auch drüben können. So, jetzt rauen wir gleich durch, jetzt kann hier weiter wachsen, irgendwie den großen Löffel. Jetzt können wir den Traktor tauschen, durchdrehen, waschen, hier rein. Jetzt, guck mal die Maschen, ey, könnte man, ach wo, oh, jetzt ist er auch fertig. Hier ist viel Gras übrig. Und wir können mal die beiden Löckchen mitnehmen. Nehmen wir noch mit. Gut. Nehmen wir noch ein paar Häufige, größere. Kann man mitnehmen. Ich muss da eigentlich noch ein Ballen vorwerden. 2.000. 3.000. Ein bisschen Gras übrig. 1.000. 1.000. 1.000. 2.000. Wickeln Dann ist fertig Ich muss bei Gelegenheiten an der Folie nehmen Ich hab festgestellt Wenn das Pech schwarze Nacht ist Du siehst die Läger nicht Das ist keine Chance So, jetzt fahren wir die Ballpresse zum Hof Bloß auch mal repariert werden 60% ist schon gut Dann fahren wir mit dem Traktor zur BGH Und dann mal schauen Die nächsten Fugger Silageballen an den Trichter reingebrochen kriegen Wenn wir die BGH schon haben Dann muss er betrieben werden Und dann Die Silos haben Es wird die Überlegung wert Mal Mais zu machen Weil Mais wollte ich sowieso schonmal machen Düngen wollte ich zuerst Aber erstmal Den Acker frei machen Und den Ball Aber kaum können wir noch Zeit haben Dann können wir noch eine Futter herstellen Jetzt werden wir mal Strohballen Oh, Silageballen Ja, da werden wir ja nicht alle schaffen Ich bin Ich bin hier gerade auf Ist halt so Äußerst ägerlich Jups Nein, das wollte ich nicht Lachen Ich bin hier Lachen Ja, der ist gerade Das ist hier Ich bin hier Ich bin hier Okay, das ist hier Ich bin hier von rechts wir sehen schon, ob wir oder wie wir ausbremst hier vorne und seit 30 km egal, kann man auch gerade ausfahren so folga, sopiga folga, sopiga das geht vorwärts in der nächsten Folge werden wir verkaufen fahren sie, wie es heute geht das heißt juratisch über diesen Dr sobald ich feststelle, das Interesse da ist dass die vermehrt eingeschaltet wird dann können wir auch die Folgen die Folgen wieder erhöhen eine Folgen pro Tag so man nimmt vor der Sandwirtschaft das soll es für heute gewesen sein wie gesagt wenn entsprechend viele Likes da sind oder beziehungsweise Aufrufe das geschaut wird Interesse dabei ist dann mache ich sofort mehr Folgen zur Zeit lass ich es bei einer Folge pro Tag dann war ja noch eine andere Karte zur Zeit mal schauen ob da Interesse besteht ob ich dadurch eine Breite gehen kann Interesse her Aufrufe kommen irgendwann auch entsprechende andere Sachen kommen Likes und Abonnenten ich schau mal was es weiter geht dann seid mal auf Wiedersehen für heute tschüss und liebe Hinke bis zur nächsten Folge bis zur nächsten tschüss bis zur nächsten tschüss bis zur nächsten sektor Xin Vielen Dank.